Nicht mehr wegzudenken von modernen Kameras ist der Monitor. Bei einigen Kameras kann dieser Monitor bewegt werden. Grundsätzlich bedeutet ein beweglicher Monitor immer einen bequemen Einsatz bei ganz tiefen und ganz hohen Aufnahmesituationen. Kann der Monitor noch nach vorne geklappt werden, dann sind Selfies problemlos möglich. Allerdings bedeuten bewegliche Monitore für dich, dass die Kamera etwas voluminöser wird. Untertitelung des ZDF, 2020